Herzlich Willkommen bei der Jugendfeuerwehr der Stadt Konz zum Wettkampf der Jugendfeuerwehren im Kreis Tresabo. Hier sehen Sie einen Löschangriff mit Zielklappen im Spritzen. Inzwischen haben alle Rohre Wasser und beginnen die Zielplatten umzuspüren. Hier sehen Sie den Flaschentransport mit dem Elektrospreizer. Männchen. 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 Ihr müsst in die Richtung machen. Das ist... Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Wasserbomben zerplatzen. Auch die Jugendbeuerwehr muss schon die Saugleitung aufbauen können. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Das Wichtige an den Knoten ist, dass sie korrekt sind und dass man sie wieder aufkriegt, wenn Belastung auf ihnen war. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. 90 Meter Schlaufleitung. Eine Übung für den Waldbrand, bei der ein Ball gerollt werden muss. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen, um 100 Gramm abzusehen. Durch die Rauschbrille sieht man alles verschwommen. Dies war eine Veranstaltung der Aktion Bobbi. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Der Fragebung als Wettkampf ist zu bliehen. Der Ball musste durch einen Schlauch gefördert werden. Der Ball ist hier. Das letzte Stück noch bücken. Jetzt rausholen. Ihr müsst hier unten noch rücken. Ball ist. Ja. Praktisch. Wahnsinn. Die Wettkampf sind so gering. Hier, der ist super auf. Hier, der ist super auf. Wo sie achten, nicht los? Das ist interessant. Untertitelung des ZDF, 2020